Angebissen Kämpf und der Hai Ein Küstenkrimi Von Christian Geilus Es liest Sebastian Walch Prolog Kalt und stumm Erstreckte sich das Wasser Bis zum Horizont Die aufsteigende Sonne Färbte den Himmel rot Scharbeutz, Sirksdorf und Neustadt Reiten sich in einem weiten Bogen An der Küste entlang Richtung Norden Von Osten her schob sich ein In Travemünde gestartetes Kreuzfahrtschiff In die Lübecker Bucht Irgendwo hinter dem schmalen Band Zwischen Himmel und Meer Erhob sich Dänemark aus den Fluten Doch das ließ sich nur erahnen Vom Timmendorfer Strand aus gesehen Glich die Ostsee einem riesigen Spiegel Der seine Geheimnisse Unter einer düsteren Oberfläche Verborgen hielt Ein feiner Nieselregen Schwängerte die Luft Und ein intensiver Fischgeruch Wehte Richtung Land Es herrschte eine gespannte Stille Die Ruhe vor dem Sturm Der jeden Augenblick losbrechen konnte Wie jeden Morgen Eilte Christine Peters Das über die schmalen Holzbohlen Der Seeschlösschenbrücke Zum Café Himmelwärts Der ehemalige Ruhrort Im asiatischen Stil War gegen den Protest Vieler Timmendorfer errichtet worden Die Probleme mit der Fernöstlichen Architektur hatten Nach einigen Querelen Übernahm ein privater Investor Das Gebäude Und baute es zum Café aus Mittlerweile hatten sich Die erhitzten Gemüter beruhigt Und des Himmelwärts War fester Bestandteil Der Gastronomie am Timmendorfer Strand Christine arbeitete seit einem Jahr In dem Café Und finanzierte damit ihr Studium Am liebsten übernahm sie Die Frühschicht ab 8 Uhr Dann herrschte an dem beliebten Kurort noch Ruhe Nur ein paar Jogger arbeiteten Am endlosen Sandstrand Ihr Pensum ab Vom Trubel tausender Sommerurlauber War noch nichts zu spüren Haut ab Rief Christine den Möwen zu Die auf dem geschwungenen Dach Des Himmelwärts darauf warteten Den einen oder anderen Leckerbissen Abzustauben Ihr bekommt eh nichts Sie wedelte mit den Armen Aber die Möwen reagierten nicht Unbeeindruckt verfolgten sie Den Weg der Studentin Drohende Gesten Schreckten sie schon lange Nicht mehr ab Sie hatten gelernt Dass Beharrlichkeit Zum Erfolg führte Christine pulte Den Sicherheitsschlüssel Aus der Tasche Ihrer engen Jeans Und öffnete die Eingangstür Im Inneren des Cafés Deaktivierte sie Die Alarmanlage Und schaltete das Licht ein Dann öffnete sie die Fenster Großer Sprung Ihr Chef hatte die Scheibe Sofort austauschen lassen wollen Aber es handelte sich um eine Spezialanfertigung Und der Zulieferbetrieb War in der Zwischenzeit pleite gegangen Der Hersteller hatte bislang Keinen Ersatz finden können Versicherte aber Dass es keinen Grund zur Sorge gebe Da es sich bei den Scheiben Um eine mehrere Zentimeter Dicke Spezialverglasung handele Die ohne massive Gewalteinwirkung Nicht brechen können Solange also nur der untere Teil Defekt war Bestand keine Gefahr Und für die Gäste Bote die kaputte Scheibe Einen zusätzlichen Nervenkitzel Wenn sie sich wie ein Filmheld Darauf stellten und so taten Als würde jede ihrer Bewegungen Den Sprung vergrößern Die Mitarbeiter des Himmelwärts Hatten sich mittlerweile An den defekten Glasblock gewöhnt Christine nicht Sie überkam jedes Mal Ein mulmiges Gefühl Wenn sie ihn betrat Aber da es der einzige Weg Zum Außenbereich des Cafés war Musste sie ihn meistern Behutsam setzte sie den linken Fuß Auf die transparente Fläche Nichts geschah Sie verlagerte ihr Gewicht Und zog den rechten Fuß nach Wobei sie versuchte Sich so leicht wie möglich zu machen Du kannst dich nicht leichter machen Als du bist Hatte ihr Kollege Louis mal gesagt Er studierte Physik Und musste es wissen Aber Christine ging trotzdem Liebe auf Nummer sicher Sie machte einen weiteren Schritt Und stand mittig Auf dem Glasquadrat Die Hälfte des Wegs war geschafft Nur noch zwei Schritte Christine hielt inne Da war etwas gewesen Im Wasser Ein Schatten Der rasch vorübergezogen war Oder hatte sie sich das nur eingebildet Sie starrte nach unten Das Wasser der Ostsee Schwappte träge hin und her Normalerweise konnte man An dieser Stelle Bis zum sandigen Grund sehen Der nur ein paar Meter Unter der Oberfläche lag Aber seit einigen Tagen Trieben vermehrt Algen In die Lübecker Bucht Und raubten einem die Sicht War es bloß ein Algenteppich gewesen Den die Strömung Richtung Strand schob Fragte sich Christine Aber dann musste dort unten Eine ungewöhnlich starke Strömung herrschen Denn der Schatten War geradezu vorübergerast Knack Christine starrte auf den Sprung im Glas Hatte er sich vergrößert Breitete er sich wie ein Spinnennetz Immer weiter aus Christines Knie wurden weich Sie begann zu zittern Dann kehrte der Schatten zurück Aber nicht von der Seite Wohin er verschwunden war Er schälte sich aus der Tiefe Des trüben Wassers Und trieb nach oben Bereit nach Christine zu schnappen Sobald die Scheibe brach Und die junge Frau In die Tiefe stürzte War es ein Hai? Das würde erklären Warum der Schatten Sich kurz zuvor So schnell bewegt hatte Lauerte dort unten Eine gierige Bestie Die ihren leeren Magen füllen wollte? Mit dem Fleisch Einer jungen Studentin? Knack Der Riß wurde größer Christine wollte schreien Aber ihr stockte der Atem Der Schatten nahm Konturen an Und die junge Frau Erkannte lange Wedelnde Arme Das war kein Hai Das war eine Krake Ein Riesenkalmar Im selben Augenblick Als das Ungeheuer Die Wasseroberfläche durchstieß Und seine widerlichen Tentakel Nach ihr ausstreckte Zersplitterte das Glas Und Christine Fiel schreiend hinab Mitten in den glitschigen Schlund des gierigen Monsters Tag 1 Olaf Sachtleben Seifte gerade Seifte gerade Seinen allerwertesten ein Als es wie verrückt An der Tür schellte Normalerweise Hätte er diese freche Störung Einfach ignoriert Schließlich befand er sich Nicht nur unter der Dusche Sondern auch noch Im Urlaub Aber als das Klingeln Durch Hämmern Mit der Faust Und Präsident Sachtleben Wenn Rufe ergänzt wurde Hatte er notgedrungen Ein Einsehen Er schaltete die Dusche ab Schlang sich ein Recht knappes Handtuch Um die üppigen Hüften Und tapste ungelenk Über den Flur Ich komm ja schon Während seine Linke Das Handtuch in Position hielt Öffnete er mit der Rechten Die Tür Frau Steingarten Die Wirtin der Seeanemone Stand mit hochrotem Kopf Vor ihm Herr Präsident Das ist was Schlimmes passiert Sie müssen sofort mitkommen Sofort Sie packte ihn Am nackten Oberarm Sachtleben widerstand Dem Gezerre Ebenso wie dem Drang Die unverschämte Person Mit einer kräftigen Ohrfeige Zur Raison zu bringen Was ist passiert Fragte er stattdessen Um einen ruhigen Ton bemüht Und was habe ich damit zu tun Er wandte sich aus der Umklammerung Die Steingarten schluckte Es ist was Schlimmes passiert Auf der Seeschlösschenbrücke Oder besser gesagt Darunter Eine schreckliche Tragödie Es ist alles voller Blut Wieder schoss ihre Hand An seinen Arm Offenbar war dies Die übliche Methode Ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen Sachtleben schwor Sich die Steingarten Verhaften zu lassen Wenn sie es noch einmal tat Eine Nacht in der Zelle Würde ihr schon klar machen Dass man einen Polizisten Nicht einfach Begrabschte Und den Polizeipräsidenten Von Hamburg Schon gar nicht Ist jemand zu Schaden gekommen Fragte Sachtleben routiniert Die Steingarten nickte Oh ja, es ist jemand Zu Schaden gekommen Sie schlug die Hände Vors Gesicht und schluchzte Sachtleben säuft Was für eine hysterische Person Ist es schlimm? Schlimm? Die Steingarten starrte ihn an Als habe er nicht mehr Alle Tassen im Schrank Ich denke schon Dass der Tod Schlimm ist Jemand ist tot Das war natürlich etwas anderes Etwa ein Gewaltverbrechen Ein Verbrechen mit Gewalt Allerdings Bitte, Herr Polizeipräsident Sie müssen mitkommen Natürlich Sachtleben wollte sich gerade umdrehen Um sich anzuziehen Als ihm etwas einfiel Warum holen Sie mich? Ich mache hier Urlaub Wieso?